Wir arbeiten in Teams, in Produktteams. Wir haben lässige Produkte, die weltweit verkauft werden. Es wird nie langweilig. Jeden Tag, wenn man reinkommt, gibt es neue Herausforderungen. Das Wichtigste ist die Leidenschaft zur Softwareentwicklung. Wir haben ein sehr breites Spektrum an Technologien, die wir einsetzen. Und man arbeitet auch im Team auf Augenhöhe miteinander. Es ist einfach lässig, um zu schaffen.